So, willkommen zurück zu Let's Play Together MyCraft. Ja, wo hab ich denn leid? Ist der Schwager. Da ist der Schwager auch wieder dabei. Und ich bin nur in der Höhle, ich mach mal wieder assgay. Mal wieder Sachen o-lachern. Ich werd's dann gleich mit dem Haus anfangen, wo ich dir erzählt hab. Genau, kannst du vielleicht ein bisschen die Zuschauer auch mal ein bisschen erklären, wo es das vielleicht so wird? Ähm, boah. Das ist quasi, äh, eine Multifunktion von Savos. Ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll. Also, äh, es ist halt so abgetrennter Bereich und, ähm, warte, ich muss mich da kurz konzentrieren beim Sterner machen. Hä? Ah, das hab ich von da. Ähm, wie soll man jetzt sagen? Es ist, ähm, wie heißt das? Farm, na? Ähm, ähm, äh. Äh, was meinst du? Äh, äh, also Garten und dann ist eine Erhöhung zum Hause auf, und unter dem Haus ist dann der, der Truhenkeller. Ja. Also, du hast Oma halt irgendwie so einen Garten machen für allen Menschen, halt einfach mal gesagt. Äh, Melonen, Kürbisse, vielleicht auch noch Kau. Also, jetzt ist, äh, ich zähre quasi jetzt um. Okay, ja. Ja, freilich, ja. Und, äh, hat sich schon wieder die Internetverbindung verabschiedet. Ich glaub, ich spinne. Ist jetzt der Schwager not Roma? Also, ein ist echt verhext. Also, wir wollten schon ein bisschen ausprobieren, aber da hat das schon nicht funktioniert. Ah, ich hoffe, es wird besser. Es kann bloß besser werden. So, ich komme jetzt wieder auf den Minecraft-Server. Äh, Minecraft-Server bin ich immer noch Roma, komischerweise. Aber, wer ist mit dem Team-Speak-Server? Da mag er wahrscheinlich nicht Affe. Oh, da ist wo's ein Weg. Ich hoffe, es wird besser. Aber jetzt legt das auch noch, jawohl. Jetzt schauen wir mal. Bringen wir da bloß mal in Sicherheit. So. Adzert, was ist Team-Speak-Server? Muckst Adzert oder Nert? Error. Error, na toll. Äh. Ich bin verbunden mit dem Internet, also... Das kann nicht sein. Error. Error, ja, super. Hand ist echt verhexte. Wurde schon die ganze Zeit mein Aufnahmeprogramm jetzt richtig ausspeichern auf meine externe Festplatten. Es muss das Internet nicht. Ah. Na komm, lohm ich wieder drauf. Error. So, mal, das mal so machen. Team-Speak-Server aufmachen. So. Bitte. So. Channel switched. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, okay. Mann, oh, meter, hey. Riegt falsch und langsam auf. Altona ist die Anuatran. So, 6%, 4%, das reicht dann. So. Also, ich hau mein Zeich trotzdem nur alles ins alte Lagerhaus ein. Deins, oder? Ja, das ist jetzt bloß Steinbäu ein, die da. Ja, aber so das wertvolle Zeich, das soll ich dann schon mein eigenes Haus ein. Naja, das mache ich ja, das ist wohl im Überfluss, ob man das, wo man uns irgendwie gegenseitig geben kann, das halt aber wahrscheinlich auch mit einer. Ja, genau. Man kann ja ein paar Truhren für ein Lagerhaus weghauen. Naja, das schon. Also, aufnehmen wir lauft wieder, oder? Ja, ist jetzt durchgelaufen. Oh, jetzt habe ich das vor den Gästen zu unterbrechen, mein Gott. Ist da irgendwas passiert mit dem Server? Schau mal, was zu einem Baum gewachsen hat. Irgendwas. Wow, bei dir? Ja, überall. Ja, da habe ich mal ein paar... Samen gepläntet. Ach so. Weil ich so glaube, ich mal Okolz tot, dann einfach mal zack, ich habe mich mal wieder gepflanzt. Ja. Magst du da jetzt dann weit weg, oder bleibst du dann in unserem... Nein, ich bleib schon, ich bleib schon in der Nähe. Okay. Ich möchte schon ganz nah bleiben. Ah, ich hätte wieder 31 Level, damit ich den mal wieder verzaubern gehe. So. Retter bitte. So. So. Hier gehen wir noch... Boah, ich habe gar nicht gelutzt, aber so. So. Da tun wir mal das, zeig ich ein, eh. Und dann los. Ach, na, was machen? So, weg. Wahrscheinlich bloß wieder blitzen. Ja. Na ja. So. So, wir checken, das passt. Und darum eigentlich alles noch herinnern, passt auch. Oh, meine Eisenrüstung, das schaut nicht gut aus. Schaut überhaupt nicht gut aus. Tja. Oh. Kann man schon ein Schlaffer, oder? Jo, kann man machen. Gut. Oh. Komm, voll runter, jetzt halt. Hat er das vielleicht einmal als doch raffig machen, das war schon mal wichtig. Ich gehe vorne wieder und dicker in die Tiefe. So. So, für machen wir das jetzt am besten. Na. So. Sehr schön. So. So. Puh. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt nur warten, bis ich einen Diamanten noch kriege, dass ich wieder Spitzhockey verzaubern kann? Nee, konnte auch angeben. Ja, oder so. Ich kannte, das kann man ja auch ohne Leier, genau. Nein, hat 20 Jahre meine Zuruhe drin ist. Ja, okay, da kann ich das mal vielleicht ohne gehen. Ja, ich bin ja, ich bin ja nicht so. Ja, ich bin ja nicht so. Bitte in die. Warte, muss das, wenn es einiges ist. Oh ja, ich bringe ich dann schnell. Oh ja, ich bringe ich dann schnell. Ah, das war doch nett. Brauch wir auch nicht. Ja. Ja. wieso habe ich damals bei minecraft standbild ja ich habe mal du hast du bloß in dem inventar ja irgendwie in die einig schmissen wort ich bin mal kurz die auf